Und damit herzlich willkommen zum zweiten Part von Pummelparty. Wenn ihr den ersten Part verpasst habt, dann schaut doch nochmal den ersten nach, sonst steigt ihr mitten im Spiel ein, das wäre sehr schade. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Vergnügen. Also Kaya, du hast lieber mit der Schrotflinte versucht, mich abzuschießen, statt das Geschenk zu benutzen und vielleicht einen Stern zu bekommen. Ja. Das habe ich gerade gefühlt in dem Moment. Das finde ich jetzt witzig. Weiche den ankommenden Fahrzeugen aus, während du den Hang hinauf bewegst, den Spieler, der am weitesten Schaft gewinnt. Äh, cool. Habe ich richtig Bock drauf, wird bestimmt wieder nicht viel Spaß machen. Oha, Alter, sind ja auch zu schnell. Fliegt man auch wieder runter? Ja, ne? Ja, wenn du getroffen bist, bist du wieder ganz unten. Wieso ist diese dämliche Kalkapanda schneller als ich? Ich bin ganz unten, scheiße. Gibt's Windschatten oder sowas? Oh, man kann springen! Ach. Was? Oh, ich bin hier wieder ins Auto gesprungen, das ist ja super. Aber man kann auch nicht springen. Ja, ich hör dir leider nicht zu. Ja, das ist nicht mein Problem. Alter, ich kann da nicht mehr mal springen, das war viel zu hoch. Oh, da kommt Panzer. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Oh mein Gott. Selber. Man kann auch wieder zurücklaufen. Ja. Ja, super. Aber will man ja nicht. Ist das hier eine Checkline gewesen? Alter, warum ist das denn so ein Abfuckspiel? Ich will höher kommen. Oh, wie blöd. Ey, das ist so stressig, Alter. Warum war denn mein erster Abfuck so gut? Hä? Hallo? Ach, der Panzer hat so ein... Ach, das ist zu genau vier gelandet, das konnte ich gar nicht sehen. Ja, das geht doch gar nicht. Ja. Jetzt bin ich schon wieder... Was schlägt, du ganz vor mir? Mann, was macht ihr denn, als ob ihr das jeden Tag, die ganze Zeit spielt? Das wird mir immer vorgeschrieben, das stimmt gar nicht. Ja, wussi. Das ist ja so. Das tut nicht so. Was tun ich so, ey? 24,7. Jetzt krieg ich so eine kleine Rakete, Alter. Oder eine Schrotflinte, die daneben geht. Oh, ja, an der Rakete. Moin. Ja, moin. Kann ich da rüberspringen? Oh, ja. Boah, hat er richtig in den Arsch gebumst. Ja, das wollte ich erst sagen, aber dann habe ich es gelassen. Wegen Monetarisierung. Aber gut. Ja, so musst du das halt pipieren. Ne, das wird nicht pipiert hier. Es wird ja nichts pipiert. Lecker, setz mal den Kaktus ein, der ist witzig. Dann kannst du keinen Schaden nehmen. Ja. Sprich, jetzt gerade wäre es für dich schlau gewesen, wenn du den... Ha, ha, Opfer. Ach, das hat eine Range? Ja. Oh, das... Ich will ja nicht sagen, aber die Laserkanone, die du vorhin auf mich abgefordert hast, hätte keine Range. Ach, ja. Nee. Aber ich glaube, du bist auf meinem Feld, oder? Ja, Kajas Feld, oder? Aua, du Lackern. Ha, 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 ha. Kann man nicht mehr als 99 Schlüssel haben? Weil ich genau nur 9 drin bin. Doch, du kannst mehr haben. Hat da irgendjemand so eine Abrissbirne, ne? Ja, ich. Ja, Kaja auch. Aber die kann ja nicht mehr. Kaja, du bist doch dran, oder? Nee. Mach mal auf Fossi. Achso, noch in dieser Runde, ja? Ja. Hat keine Abrissbirne, echt? Weiß ich nicht. Ich hoffe es, weil dann kann man Fossi von... Das ist für Domi. Ich dachte, Kaja wäre dran. Nee, ich habe keine. Doch, nee. Fossi hast du mich gebetet? Ich dachte, dass Kaja dran ist. Deswegen habe ich gesagt, ja, die hat eine. Was ist meins? Oh Mann, Kaja, komm, bitte. Hab irgendwas, um Fossi Damage zu machen. Kuh. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nee. Mach das Geschenk jetzt, mach das Geschenk. Was ist denn das? Damit kannst du entweder das nächste Minispiel aussuchen, oder du gehst direkt zum Stern teleportiert, oder du setzt aus. Komm. Cool. Spring rein. Nein. Wie, 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 was? Kannst du Minispiel aus sein? Also von den Spielen ist ruckig aus. Das sieht cool aus. Ist das genommen? Sie hat das mit dem Auto genommen, sag ich. Hoffentlich. Das ist witzig, Mario Kart. Sag ich genommen. Ha. Ha. Ja, das ist so traurig. Oh. No, 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 no. Ach, Mann. Kai, du hast noch zwei HP. Das stimmt. Sind sie alle Schlüssel, wenn sie stirbt? Ich sag's euch jetzt schon, Kai wird bereuen, dass sie das Spiel genommen sind. Ach, Mann, was ist das so witzig? Spiel ist laut mit der Steuerung. Ich mein, das Spiel an sich ist cool, aber die Steuerung ist, äh... Was ist das Ziel? Am schnellsten, zwei Runden fahren. Wow. Oh, Domi, da bist du bestimmt ein Tryhard. Nein. Boah, sind die schnell, die Autos. Ja, ich werd's bereuen. Ey, das leckt ja auch schon wieder, halt. Das leckt ja auch bei mir gerade auch. Ne, das sind nur die Gegnerautos. Ihr leckt nicht. Ah, Alter, ich fahr mal gegen die Wand, what the fuck? Boss, hast du auch dein Schweißtuch an? Dein Schweißarmbändchen? So wie du da am Reinschwitzen bist? Alter, ich fahr ganz normal, wenn ihr zu gut ist. Hä? Ich fahr voll gegen die Wand gefahren. Ich finde, der Heiko und ich fahren ganz normal. Komm mit dem Mute, Entschuldigung, ich muss mit Tryhard. Oh, Leute. Ich fahr überall voll gegen und so. Ja, aber du musst ausweichen, dann bist du schneller. Aber ich kann nicht. Ich fahr gegen die Wand, Mann. Hä? Die Steuerung ist so schwer. Ach, dover Stuhl. Hallo? Hä? Warum fährt denn das Autos einfach nicht mehr? Ich drück die ganze Zeit. Es fährt aber nicht mehr los. Ich spiele, hast mich so sehr. Ich hasse wir als die, hab ich schon mal gesagt. Hä? Ich bin voll festgefahren. Ich komm hier nicht mehr raus. Ach, Leute, das ist nicht mein Spiel, warum ich das ausgewählt. Du kannst auch S drücken zum Rückwärtsfahren, ne? Ja, hab ich auch schon sehr oft gemacht. Echt? Ja. Ach Mensch, Vossi hat gewonnen. Oh nein, oh nein, ich hatte die Chance, oh nein. Ich war grad am Anfang bei meiner zweiten Runde. Immerhin. Wie viele Magneten werden eigentlich verteilt in den Minispielen? Ja, also ob Vossi als erster darf. Ich glaub, ich mach bald ne Bewerbungsrunde für neue Mitspieler. Ich will welche, die nicht so tryhardig sind. Sonst gewinne ich ja nie. Was mach ich das Ding? Ich will nichts dazu sagen. Okay. Musst du mir mich das schlicht achten. Oh, ich komm, noch 1 HP. Ja, hast noch manchmal 16 und manchmal 15 Damage, hat Pech. Ah. Und ich hab noch mehr Pech. Geh links. Ich muss links. Oh, jetzt komm, Leute, Vossi hat 2 HP. Hedko, bitte. Hast du ein Item? Ne, hab nix. Doch, die Abrissbirne! Nein, 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 komm, das ist jetzt nicht zielführend. Komm ich da hin? Ja! Geil. Da will ich hin. Du bist ziemlich weit weg, wo es sich noch was warnt. Okay. Okay. Kacke. 9, 9, 9. Reicht das? Ne. Ne. Aber die ganzen Schlüssel. 1, 2, 3, 4. Das reicht doch. Das reicht doch, oder? Nein, ich wollte aber hin. Alter, der viele Schlüssel. Hui! Ich hab genau 100. Moment, warte, jetzt ist Hedko auf dem ersten. Ja, war schon immer auf, was wir gehen. Dann hat Hedko denn zwei Dinger aufgemacht. Hab ich mal was gesagt, das Spiel ist kacke, das ist mein absolutes Liebling-Spiel. Leute, ich hab genau 100 Schlüssel, das sieht voll cool aus. Ja, aber du musst auch zu den Kisten, um die auszugeben, sonst bringen die nix. Ja, aber die sind cool. Ich bin ein Fahrzeug. Domi, du tust mir nicht weh, weil das wäre nicht gemein. Domi, füge ihr Schmerzen zu. Du triffst doch eh nicht. Wie, bei mir war das doch mal genau so mit dem Strich, der geh genau durch dich durch. 30 Schlüssel verloren. Und da werde ich jetzt einmal schön durchwürfeln. Domi, 1. Du bist so dreckig, weißt du? Ja, ich finde das dumm ist auch der dreckigste. Ich würde nur, warum? Ich mag euch alle nicht mehr. Hey, ich hab dich doch nie bestraft. Das war nur ein Racheakt. Ein Akt der Rache. Alle doof. so was kann ich wirklich gut weil jedes ja nicht den ganzen tag lang spielt und ich das jeden tag diese spiel den ganzen tag spielt ist was sie was ich bin alles gefühlt das ist das spiel machen wenn du wenn du angeschaut ist finde ich auch so ein blödmann ich dachte du hast mir noch nie getötet was ist das ja hallo hallo gibt es den video schiedsrichter ich hatte die waffe nein 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 komm her dumm ich komme her warte doch mal bis ich fertig bin nein 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 das kann nicht sein videoschnitzrichter ich hatte die waffe mann fassi du spielst den ganzen tag lang nicht und er kriegt eine rakete mein panda da steht nur wie ein champion du bist mir auch ein kleiner champion ich habe noch nie Shooter gespielt ey was ist das jetzt hier was macht das direkt bei mir das ist wieder eine waffenstation so first of all m da m unfassbar und jetzt kann ich mit alles geklaut hat sie sich nicht mal 100 schlüssel ich nehme nie wieder mit euch auf ja danke was sie das war ein feld das sah für mich schwarz aus hihihi hihihi kuschkot hihihi vor allem bin ich voll davon ausgegangen als du mir hattest 20 dass das Video dann ungefähr 30 Minuten wird. Wie langweilig. Wie es einfach schon fast 50 Minuten lang ist. Ich hab gesagt 30 bis 40 Minuten, meintest du okay? Es ist aber schon eine dreiviertel Stunde lang, Mann. Das kann nicht sein. Ja, ist aber so. Echt? Krass. Ja. Ach kacke, ich kann nur... Ah. Willst du mit mir Plätze tauschen? Aber vielleicht hab ich's auch in zwei Parts geteilt, einfach. Geil, es hat geklingelt. Ich muss jetzt eigentlich mal zur Klingel, Leute. Bis später. Jo, bis später. Wer hat's gemäntlich gelästern. Lass jetzt Worte sagen, damit sie das Zeichen nicht monitorisieren kann. Hundebabys, Hundebabys, Hundebabys. Oh, und sie ist am Zug. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was hat die denn für eine Villa? Wie lange läuft sie so? Oh. Mit dem YouTube, Manni. Ne, die hat ein Buttlab. Sie musste einfach in ihrem Buttlab klingeln, dass der an die Klingel geht. Bitte? Moin. Moin. Ihr meint mein Vater. Jo, das ist mir egal. Nom, nom, nom. Oh, Hector, jetzt stirbst du, oder? Warst du schon dran? Mein Lieben. Wieso stirb ich? Ja, Entschuldigung. Was ist das denn? Nö, hier in jeder Runde. Gezeigte Pfeile und bewege dich und... Mörser-Explosionen? Musst du weichen. Oha, okay. Gefährliches Kriegsspiel, was wir hier spielen. Zeigte Pfeile? Was denn für Pfeile? Ach so, ah. Hä, das ist ja mega stressig. Du musst das merken, dann explodiert das immer so nacheinander. Das kann ich nicht. Da musst du immer so einen Schritt nach dem anderen machen. Bin ich denn? Hä? Hä? Ich hab's nicht verstanden. Hä? Oh, Mann. Ich hab das nicht verstanden. Ich hab vergessen, dass das schon losgeht. Das sieht man wieder, während das Spiel schon mal gespielt hat. Rechts, links, oben, rechts, oben, links, unten, oben, links, rechts, links, oben, unten, unten, links, rechts, links, 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 oben, links. Sehr schön. Also wenn du das bei mir machen würdest, würde ich dich hassen, aber das ist sehr witzig. Nein! 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 Das funktioniert nicht, weil ich einen Kaktus anhab. Was, warum habt ihr eigentlich einen Kaktus an? Ich hab's irgendwie verpasst. Das kommt so richtig, weil ich glaub das anhab. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, Wussi. Nee, er wollte mir einfach noch nicht werken. Ach, was eine Pussy mit doppelt Kaktus. Und dann würfelt er genau richtig, der kleine Lacker. Also... Es ist auch nur... Dieses Spiel ist so gehackt einfach nur. Vorsicht, die Bonussterne am Ende gehören sowieso alle. Die hat am meisten Minispiele gewonnen. Ah, ja. Hihihi. Haha. Ich komm mit seinem 1 AP ganz besammel an. Das ist ein gefährliches Spiel. Den Boxhatschuh? Ja, da muss er natürlich auch in die Zielrichtung, okay? Da muss da genau jemand ein Feld neben dir sein, dann zufällig. Ja, wenn du... Oh... Aber dann geht mein Kaktus weg, Alter? Egal. Oh Mann. Zack! Ne, 7. Wo ist eigentlich, ich hab nicht aufgepasst, wo ist der nächste? Wo reicht's? 1... Wie viel kann ich noch? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Ach, sind alle Scheiße. Warum da links? Domi, ich komme! Oh, oh, hat ein Boxhanschuh. Da ist er wieder dran, schön. Da ist er dabei. Das ist prima. Das ist immer... Er. Geh da." fais du mal weg." Da kann es kalau hier. Los über delinten werden. Dann gehen du runter verteilen. Oh ja. Schon wieder so nur Wieder so ein Raushüpft! Doms, Booms. Das ist das Spiel bestimmt. Ja, Alter, kann's spielen in mein Spiel. undergelist meine Schon gentle кight elue. Und hüpf! Und hüpf! Das macht einen Spaß! Das macht überhaupt keinen Spaß! Boah, jetzt wieder! Und hüpf! Und hüpf! Boah! Oh Leute, ey! Okay, mach ich nicht, ey! Okay, okay! Okay, okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, nein! Doch, aber Kai ja einmal im Full Tank Modus. Ja, aber Alter, hier! Alter! Ja, und einer ist noch full life. Komm, weißt du Domi, du hättest auch zwei Sekunden vor mir sterben können, ne? Jaa. Jaa. Entschuldigung. Nee. Oh. Passi, hast du jetzt mehrere Aubergine in deinem Inventar? Ja. Sind die global? Ja, nicht fast. Zwei. Schubst mal einen auf Hatecore. Wer will eine? Ich hoffe nicht, ich bin ganz arm. Wo ist ein Domi? Ach, daumen in seiner Nacht. Faktos. Ist irgendwie der Fall. Voll, voll. Also das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass ich dich da... Oh, danke! Das war laut. Warum hab ich das eigentlich nicht bekommen? Der darf noch würfeln? Unfähres Ding. Den Pokal nehme ich doch mit Herzen an. Aber die Falle schnappt hoffentlich noch zu. Das ist keine. Er läuft schon einen Schritt weiter. Oh, nein! Das ist eigentlich auch nach rechts gegangen. Oh, ich kann noch... Oh, Gott sei Dank. Sehr witzig. Was machen das? Schön... Das... Ich glaube, dass der Magnet trotzdem funktioniert. Was ist denn nun los? Mein Stückchen. Das ist ganz panisch. Ich habe panische Angst. Augen zu Augen zu. Das ist ganz böse. Das habe ich nämlich auch schon mal hingegesehen. Ein uraltes Übel. Ein Hase. Oh, ist das gut. Oh, nur ein Häschen. Hä, was hat denn das jetzt gemacht? Ostern. Das tötet euch, glaube ich. Nein. Oh, ich laufe da genau drauf zu. Aber ich will auch irgendwie zum Hase. Das willst du, glaube ich. Hallo, Hasi! Was ist ein Hasi? Der ist so süß. Der ist ja direkt neben mir. Ich fände gerade echt vorn. Der? Ein, 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 ein Ding oder so. Mhm. Ja, Kack, das, ey. Was hat doch noch vor allem? Ey, moin! Okay. Ja, jetzt kommt wieder der größte Spaß meines Lebens. Fossi, ich finde auch deine... Oh, mein Häschen! Machst du dich jetzt tot? Ich weiß gar nicht, was du vor allem sattest. Ja, das ist auch gar nicht so wichtig. Was macht denn dieses Häschen? Steht jetzt einfach nur da? Alles Kacke. Ich werde jetzt einfach getötet. Der Hase, der macht jetzt kurz ne Move. Der hat jetzt gar nichts gemacht. Oh. Hä? Was macht der Hase? Der läuft irgendwie mit. Der läuft irgendwie mit. Selten, etwas so lustig gesehen. Wie gesagt, normalerweise one-hit der ein. Schieß so schnell wie möglich auf die Ziele, die auftauchen, aber auch darauf, dass du nicht auf die... Okay. Okay, du musst Leid vorlesen. Du hast es immer noch vorgelesen. Ja, ja. Einfach schießen und treffen. Ja. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Sag noch mal. Hä? Ach so, aha! Ach so. Ach so, die roten darf man nicht. Das... Oh. Wir müssen alle explodieren. Hä? Entschuldige bitte. Ah! Ah! Warte, da, Hildkor, was ist das für eine Reaktion? Ey, so schnell kommt es bei mir gar nicht an. Ja, bei mir auch nicht, nämlich. Ah! Ah! Oh, fuck. Ich wusste auch nicht, dass man mehrmals schießen kann. Ich wusste auch nicht, dass man mehrmals schießen kann. Oh! Duh! Ah! angetäuscht. Mann, warum sind meine immer... Scheiße. Wie slow. Diese Spawnschlache. Hä? Wieso miss? Ich tipp's nicht. Wie schnell soll ich das denn machen? Schneller. Ich kann das nicht schneller. Warte, aber die Maus. Bis mehr. Ich hab' gewonnen. Ich wusste, du wurdest noch nie geliebt von deinen Eltern. Hast du schon wieder ein Fatal bekommen? Ich schwöre, das Spiel ist nicht schnell genug, damit ich das machen kann. Ich kann doch nicht alles an mir liegen. Oh Gott, schade. Aber wenn man jetzt würfeln kann, also dann tilt dich weg. Mir wurde gesagt, man kann nicht würfeln. Nein, haben wir noch nicht. Oh, danke. Das ist ein Verständnis für mich. Nein? Ach, ja. Mein Lieblingsspiel, Leute. Ich wollte es euch gerne mal zeigen. Sehr schön. Hallo. Ich hab' irgendwie das Gefühl, das wären drei Parts, aber okay. Ist das echt in drei Parts? Ja, wenn das anderthalb Stunden lang ist, dann schneid ich das auch in drei Parts. Nee. Ist halt schon eine Stunde lang. Ja, ein schönes Video. Nix. Nee, nix, alter. Klar, ist auch eine Runde. Du bist eine Runde. Nee. Du bist rund. Ich hab' auch noch ein Leben. Wie viel soll ich denn? Ich hab' doch gar nicht so lange Zeit. Hey, kommt mein Kaktusbruder. Brüder. Ist das Kaya selbst als Schlüssel? Komm' ich da, ja. Komm' ich da. Komm' ich da. Links, aber links. Komm' ich da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich gönne es, Kaya. Und ich gönne es noch viel mehr, dass es Wussi nicht schafft. Das gönne ich mir jetzt außen rum. Yay, Kaya, yay. Und ich bin auch nach außen rumgelaufen. Yay, ich hab' einen Pokal. Jaaa. Ich hab' da rumscharf reingeschaltet. Cool. Aua. Verletziger Schlüssel. Das ist feasting. Oh, oh. Mein Häschen. Das ist vor sich ja aber recht sad. Oh' mann. Oh' mann. Oh' mann. Oh' mann. Oh' mannn. Oh' mannn. Oh' mannn. Oh' mannn. Was müssen wir da schon wieder tun? Oh' mann schon wieder wärs des? Oh' mann schon wieder wär's des? Oh, hat das auch ruhig mich. Oh, hat das auch ruhig mich. Beute schnappen? Schnapp dir so viel Beute wie du kannst. Aber werde nicht zu gierig, Domi. Denn je mehr Beute schnappen, Das ist aber ganz ziemlich bewegend. Erhalte einen Punkt für jeden Geldstapel und zwei Punkte für jeden Goldstapel, den du zu deinem Fluchtfahrzeug zurückbringst. Oh Mann. Ich muss nochmal richtig vorlesen, da stand nämlich gar kein Domi. Wie? Irgendwie, weiß ich nicht, habe ich sofort... Ja, aber es stand erst im inneren Auge, habe ich das auch. Oh, mein Fels kommt schon wieder aus. An! Ich möchte dir damit sagen, ich bin... Ich war zu gierig, kacke. Ich sehe, dass ihr alle ins Verderben lauft und ich einfach nachlaufe. Was ist los mit mir? Je mehr Beute ihr habt, desto langsamer seid ihr. Welches ist denn meine? Weiß ich das? Das ist egal? Ja. Okay, cool. Immer wenn ich okay, cool sage, reagiert mein Handy. Alter, da sagen wir noch, Domi ist greedy, zack, dann werden wir sich die ganzen Gold barren. Ich hoffe, ich fährt ein Auto, ey. Nein, 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 nein! Hä? Was meint er? Fossi, hast du das gerade wirklich gesagt? Oh, shit. Ja. Das muss Kai aber rausschneiden. Sie! Nö. Die, 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 die. Hä? Wie viel ihr einfach einsammeln? Ich nehme immer nur eins und gehe ganz safe. Warum? Wollte sie nicht, dumm wahrscheinlich, ne? Okay. Nehme ich mehr mit. Ach, Fossi hat so... Hier, Fossi überfahren! Fossi überfahren! Jetzt haben wir noch mal schnell rüber, schnell, eine Sache schnappen wir rüber. Boah, das war so knapp wie unfair! Oh man Leute, warum bin ich immer so schlecht? Das macht mich nicht so schlechtes Gefühl. Fossi hat gewonnen. Ja, und ein weiterer Cocktus. Das mach ich so drauf, ey. Ich will Uno spielen. Fossi, geh weg mit der eine Cock-Ober-Schiene. Das Gute ist, wir sind jetzt tiefenentspannt aufeinander durch dieses Spiel. Da wäre ich nur jetzt richtig gut. Fossi jetzt, Alter, mal jetzt durch die Rechnung, ne? Nein, Kaktusbruder, halt dich! Ja, wir schaffen das! Ja, komm zu uns, Fossi, wir saugen dich aus. Das laust du dich, ja? Du hast nämlich kein Cock-Ober-Schiene. Ja. Ja, komm mal. Cool, nom, 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 nom. Oh ja, ich krieg jetzt auch alle, damit das ist okay. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Fossi, findest du, geht's zu leinen. Nicht schon. Auch eine Leine. Oh, danke. Oh, danke. Moment mal. No, mein Kaktus. Schau mal den Magnet auf Fossi. Nee, Fossi hat der nix. Fossi 38. Boing, boing. Boing, boing. Boing, boing. Du, 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 du. Da hinten liegen ganz schön viele Schlüsse. Du, 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 du. Fömmisse den Hasen, den Fahnen. Ja. Ist der da tatsächlich tot oder hüpfte weiter? Der leugt nach meiner Hälfte, meine Hälfte, meine Hälfte. Geil. Echt? Tommy setzt das Biedending auf Fossi ein. Der wird wirklich einsetzen, Tommy? Ist der da sicher? Habt mich lieb. Danke. Hm. 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 Okay. Du hast in der Runde ne Aubergine auf mich gerollt. Okay. Wir haben, glaube ich, schon fünf von Wuxi kassiert. Na, Karma. Oh. Oh. Oh, das ist alles so brutal, ey. Das kann ich nicht unterstützen. Nom nom. Hallo. Zack. Das ist so böse. So. Würfel. Fünf. Oha. Wow. Cool. Oh nein. Oh nein. Was kann der? Oh nein. Cool. Sagen wir nicht. Der kann auch mal das komplette Game durch die Gegend wirbeln. Ja. Mein Häschen. Aber das steht gar nicht mehr. Geht auf Kaya. Oh. Er liebt mich. Hm. Wie viele Runden haben wir noch schnell? Hm. Ich weiß ja nicht. Verdammt. Finde die Bühne mit deinem Element, in dem du dich bewegst und die orangefarbene Power Crystall aktiviert. Was? Du bekommst jede Sekunde Punkte? Je nachdem, wie viel Fläche dein Element belegt. Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende gewinnt. Kaya. Naja. Nicht wieder verlesen. Okay. Cool. Versteh ich nicht. Einfach spielen. Wollen wir Wetten abschließen, dass Vossi gewinnt? Ja. Können wir gerne machen. Was kriege ich, wenn ich gewinne? Mehr Punkte als die anderen. Was belegt? Bin ich Pär? Das sieht so cool aus. Achso, man muss einfach das meiste belegen. Ist das korrekt? Ja. Ich hab's schon jetzt vorgelesen, aber ich weiß es selber nicht. Boom. Hm. Das ist ein cooles Spiel. Da kann man nicht so schnell sterben oder so. Oh, ich war alle da, ne? Es ist so cool. Sponder, Alter. Hey. Du, 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 du. Alter. Wie? Ich hätte das Ding jetzt... Das erste Mal am Anfang. Ich hab ja gar nichts. Du hast fünf Punkte mehr! Wie? Die letzte. Ich hab voll viel. Na, wie? Hörst du mein Häschen als erstes dran? Oh, ne. Ja. Verdammt. Ich lieb dich nicht. Was hat die Aubergine so für eine Range für die explodiert? Sehr viel. Nicht so viel. Also du triffst uns nicht beide. Ich würd sie auch gar nicht rollen, sonst verlierst du deinen Kaktus. Echt? Ich hab echt gedacht, dass mich dieses Spiel so traurig macht. Kann ich jetzt hier wieder... Aha. Ich bin bitte mal immer so stehen gelassen. Äh. Äh. Du spiel gleich nach mit dir. 4-1-3. Oh, dann komm ich direkt... Was macht dieser Totenkopf? Der tötet mich. Müssen wir schauen. Ja! Äh. Aber wenn ich hier links gehe, dann komm ich nicht zum... Ich geh schon rechts lang. Oh, mein schöner Kaktus. Nein. An sich ist das Spiel schon ganz niedlich, ne? Bis auf die ganzen... Sachen, die einen zerfleischen. Die ganzen Spitzeln aufspießen. Sonst nett. Domi, was... Ah, ne, warte, jetzt ist was sie tun. Was sie machen nix. Ich hab so Angst um mein Leben. Das hab ich immer, wenn ich mir gleich aufhabe. Nein! Was hat dich vorhin voll bestraft? Ich weiß nicht. Jetzt hab ich nen Ohrwurm von verdammt, ich lieb dich. Du musst dann, du musst dann sterben. Nein, du hast dich rein. Ja, wieder, du! Wuhuuu! Wuhuu! 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 Boah, das ist grade mein gesungen Schlüssel eingesammelt. Woh, ich dich. Korrekt. Domi, Änders. Oh boah. Was muss ich denn Bux annehmen? Domi, Änders. Oha. Bux. Kim. Woh, ha, 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 ha. Geil. Du hast hätt'n so was spaßiges gesehen. So. Dann wär's n schön dodgen. Dodgen. Doon. Da ist ne, zwei, drei. eigentlich? Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ist es das? Die ist hinten rechts. Ah, okay. Gut zu wissen. Wir haben ja auch nicht mehr so viele Runden. Hä? Hatte ich nicht mal eine Rakete? Wer hat mir die ne weggenommen? Okay, was ist das? Vordere einen anderen Spieler zu einem Retro-Spiel mit dieser Arcade-Maschine heraus. Der Gewinner erhält einen K... Uh! Mach das, das klingt voll spaßig. Ja, das klingt echt cool. Oh nein, bitte nicht ich. Ich nehm Domi. Oh nein. Oh, das will ich. Das da. Wie kann ich das auswählen? B, A, S, D. Also A und D. Ah, cool. Und ein Enter, glaube ich. Guck mal, ich bin der blaue Stick. Und jetzt hoch und runter, oder wie? Ja. Oh, das ist voll cool. Ich liebe dieses Spiel. Ja, nice Gameplay. Ziemlich empfindlich. Jo, also ich gehe immer auf K für ne halbe Stunde. Hey, was ist das denn so? Tommi, lass das doch mal rein bei dir. Ich probiere das weiter nach unten zu kicken, aber es geht nicht. Alter, nee, das kann nicht sein. Oh, das finde ich in Ordnung. Ich gehe so. Trinke beide einen Kelch, wenn das... Also, nein. Ich glaube, das soll so nicht sein. Komm, Kaya, lass mal, Tommi. Ich gehe nicht. Uh, angetäuscht. Gleich so ein Zettkitzel, ganz nach unten auf. Alles ist so schön. Ja, perfekt. Jetzt nach unten. Aber immerhin konnte Kaya mal ein lagfreies Spiel spielen. Das war das geilste Minispiel des ganzen Spiels. Und Spaß. Das hat richtig Spaß gemacht und das Helden so viel gelacht. Tommi wurde weggeschubst. Ich bin voll zur Seite gegangen. Ja. Oh. Jetzt kriegst du Dommi noch die Schlüssel. Dann gib mir Schlüssel, bitch. Aua. Oh, Alter. Mein Häschen. Also, das war's. Das ist komplett useless. Das lässt du es dann auch dahinten raus. Einfach kippen. Oh, Quidditch. Na, Quidditch. Wow. Die Musik ist ja so geil. Während du diesen türkischen Kurs fliegst. Fliege durch die magischen Ringe, um Punkte zu gewinnen. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Okay. Ich finde das schon schwierig. Kann man sich auch da runter schlupsen, oder? Oh. Wow. Ich bin Ron. Ich sehe nichts, Alter, was ich gehe wegfühlen. Ich habe doch den Sieg, Eddie. So gut. Alter, wie? Es kann nicht sein. Als ob. Ist man da ganz tot? Ja. Oh, Mann. Ich hasse viele Spiele, wo man tot ist. Ach, Leute. Ich habe da gar nicht hingelenkt. Ich habe da auch gar nicht hingelenkt. Ich, also, ich absolut. Ist das so, oder? Ich kann mir dann in so einem einfachen Spiel so schnell sterben. Ja, man stirbt einfach diesen... Vor allem habe ich einfach nur einen Punkt gefehlt. Guck dir mal Fossis Umhang an, für den er 30 Euro ausgegeben hat. Das ist so ein wenig. Tot. Hast du schon wieder ein Portal bekommen? Hallo? Hallo? Als Zweite. Ich werde erst hier komplett am Reinschwitzern. Bussi bekommt auch das Gleiche. Das Gleiche. Hast du keinen Aufmerkauf? Ja. Ja, Mann, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. Das ist extra. Ich teile nicht mehr. Oh mein Gott, ich muss Tiki. Ich kann es nochmal so sagen. Oh mein Gott. Egal, ich gebe mir das Ziel. Was hat Fossi jetzt eben bekommen? Ich kann nur. Alter. Ich bin nicht richtig. Ich bin gar nicht gerade dran vorbeigelatscht. Oh mein ich gefühlt auch. Oh, da war's hier Schnauze. Weißt du, da habe ich das in eine Dreckskiste? Ich habe die voll verpasst. Tja, das wäre ärgerlich. Ja, Fossi, an deiner Stelle würde ich... Das ist so ein lustiges Spiel. Hey, warum hallo? Warum denn hier? Nein. So viel Gewalt. Wie schön. Oh, Fossi. Ja. Okay. Hey. Hey. Ja. Kacke. Ich nachmachen. Da ist er wieder. Hallo. Der Superpanda. Wie viel wird er dann abgezogen? Fünf. Okay, das ist mal den. Ich glaube, sechs. Ich habe fünf. Ey, Kaya, du hast jetzt für den Rest des Jahres hast du jetzt Gameplay. Das ist wirklich so. Ich stehe Runde. Das ist richtig lang. Echt lang. Ich dachte, wir nehmen drei einzelne Rundenparts, also Spiele an sich auch, aber so geht's natürlich auch. Dann hat man halt nur einen Sieger am Ende. Das werde ich sein. Sechs, du hast mich angelogen. Ich habe gesagt, fünf oder sechs. Nee, du hast fünf gesagt. Ja, dann auch oder sechs. Bin mir nicht sicher. Ja, dann habe ich dir schon nicht mehr zugehört. Du hast nicht so viel Aufmerksamkeit von mir. Oha. Okay, aber jetzt gibst du mir Schlüssel, hä? Ja, das kann mir jetzt auch gerade ein bisschen leiden. Und direkt in dem Einschreiben. Was macht man jetzt? Kannst du auch Schlüssel einsammeln? Oh man, komplett useless. Das ist aber so niedlich. Ich gebe es auch so nach Hause. Och nein. Nein, das fühlt ja so kompliziert aus. Boah, da kannst du noch links und rechts rollen. Vor allem, also, man bekommt immer mehr Tasten und weniger Text. Das gefällt mir nicht. Einfach die anderen abschießen. Am Ende ist der Text einfach, schieße. Wieso? Okay, ich gucke mir das alles gar nicht jetzt an. Das ist bestimmt sehr sinnvoll. Ich kann rollen, ne? Oh, ich sollte hochziehen. Ah, ich bin fast ins Wasser geflogen. Ach so, ja, wieso habe ich dich denn nicht getroffen, aber du mich? Hallo, hör mal auf, auf mich zu schießen, wer auch immer da auf mich schießt. Ah, oh, ich bin voll rein, Alter. Ich habe, ich fliege so ein bisschen durch die Gegend. Oh nein, ich habe selbst Mord begangen. Nein, ich auch fast. Oh, ich kann diese Kombination. Kann ich auch in die Bustier reinfliegen? Multitasking, als ob ich eine Frau wäre. Boah, ihr seid so nervig, ne? Opfer. Wo seid ihr denn alle? Seh' ich nicht da. Wenn ich jetzt sehe, wenn man ein Kill hat und hinter mir ist, wer warst du? Soll ich uns gegenseitig auf dem Knall, du mi? Ja. Ja. Also, dass du, ne? Es ist lächerlich, es ist so lächerlich, Alter. Ihr müsst euch ein bisschen neigen. Hast du mich niedergefahren? Nee, ich hab dich gekillt. Hallo? Wer, wer ärgert mich? Da, blau. Blau, du kleine... Ich hab grad richtig gut an, wie sieht man das kann noch nicht sein. Das ist wirklich unfair, dass du jetzt gewinnst, wenn ich nicht ich. Echt? Ja. Wir sind beide Erste. Ja, aber er ist, glaube ich, damit würfeln, oder? Ja. Heißt das, das finde ich auch unfair. Du kannst das in der letzten Runde... Oh, ihr seid richtig. Aber das, das machst du bestimmt, oder? Oh, oh. Oh, oh. I gambled. Oh, meine Maus. Schade. Und das findet nicht mal statt, ey. Oh, Mann. Mein Herz. Das ist ärgerlich. Kein Minispiel mehr. Ich lieb die so. Ein Kaktus. Ein Kackschlüssel. Alter, ist das behindert. Jetzt kriegt er echt den Kackschlüssel, ey. Meine Fresse. Nein, nein, wirfeln nicht zwei. Ja, ich hoffe es, Domi. Ich rüffel mehr, Domi. Du schaffst es. Kaya, Moment mal. Er hat eine Aubergine. Ich muss nicht zu ihm sein. Ich hätte auch Teleporter einsetzen können, aber ich habe aber gehofft, dass... Habe ich mich selbst getötet? Nee. Ey, das ist zu witzig. Ach so, ich kann doch fahren, Alter. Boah, habe ich gerade eine Panik. Oh, nee, ich hätte auch Teleporter einsetzen können. Jetzt eine schöne 2. Ja, Kaya. Ja, Kaya. Kaya, Kaya. Juhu. Zumindest magst du mega, wie das Kaya eigentlich ist. Auf ihrem letzten Platz. Ja. Die hat nach der erste Rolle gemerkt, aber ich habe keine Chance, ich gehe jetzt auf die andere. Was? Ich habe mir vor Mühe gegeben. Hallo, kann ich bitte die Schlüssel noch einsammeln? Nee, du stehst auf dem Hasen. Ach, das sind, glaube ich, meine, oder? Ja. Kann ich die deswegen nicht einsammeln? Nein. Die gehören dem Hasen. Okay, Entschuldigung. Die will ich gut. Mauer. Ich habe einen Pokal, ich finde, das sieht cool aus. Ich brauche gar nicht so viel Anerkennung. Nein, ja. Hey, hallo. Ja, ja. Ja, ja. Du willst den Hasen in die Luft jagen? Nee. Nee, dich ein bisschen. Hasenkiller. Hasenkiller. Oh, mein Akku ist bald leer, Leute. Oh, Mann. Da gebe ich mir noch Schlüssel. Nein. Oh, mein Gott. Oh, ich bin dran. Ich mache einmal kurz fertig und dann wechsle ich den Akku nach. Buh. Zwei. Mensch. Ja. Naja, wusstest du, dass man am Ende auf den Verlierer einprügeln darf? Nein. Dann will ich nicht verlieren. Das sagst du mir viel zu spät. Ich hole jetzt einen neuen Akku. Ihr Dovis. Oh, warte, jetzt das Spiel vorbei. Vielleicht hält der Akku noch ein bisschen. Oh, oh, jetzt die Bonus-Sterne. Bonus-Sterne? Achso. Ich bin so nervös. Die Pummel Awards. Oh, cool. Ich mache das jetzt einfach gleich ohne Facecam, wenn die ausgehen. Ich glaube, Domel hat gewonnen. Domel kriege ich den Stern für den meisten Damage. Ich hoffe es, ja. Ich habe es extra aufgeschwitzt. Ich habe null Damage. Komm, ich, ich. Yippie. Yay. Weggewon der Lappen, Mann. So unter ihn, Mann. Yippie. Leute. Das ist auch gar nicht in Ordnung. Ich kann es in dem Spiel. Später spiel jeden Tag, Mama. Hast du nicht gesagt, dass Fossi uns richtig fertig machen will? Ja, aber Fossi hat aber auch jedes Minispiel gewonnen. Ja, stimmt. Ich habe verloren. Ich hatte einfach Glück. Mit dem Rest. Wer ist denn wohl der endgültige Sieger? Ich weiß. Ja, das erste Mal gewonnen. Oh, Mann. Kaya hat gewonnen. Ich wusste es. Applaus für den Gewinnern. Ich bin die Beste. Wusstet ihr, dass ich die ganze Zeit dem mit der Papiertöte gespielt habe? Nein. Haha. Wir haben euch voll reingelegt. Oh, nee. Oh, nee. Komm, lass uns noch eine Runde auf Kaya. Ich bin nicht zweit. Oh, Mann. Das ist voll gemein. Ich bin in so einem Kerl. Komm mal, deine Freste da drin. Ja, ihr könnt ja gar nicht. Ich bin voll geschützt. Ja. Komm mal ein bisschen näher. Aua. Ich kann euch verprügeln. Hey, warum können wir beim Treffen, wer sich denn liegt? Komm mal, lass. Wir beginnen. Aua. Aua. Ja, wo ist ich doch, wir sind Team. Ne. Raus. Raus. Komm her. Batz. Batz. Wie lange mein Akku hält, crazy? Batz. Batz. Komm, ich ging springen. Hedko, warum liegen da so viele Leichen von mir? Batz. Batz. Das wäre mein Minispiel, außer Leuchtenboxen. Leute, das hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich echt kacke war. Ähm, nächstes Mal bin ich mit Sicherheit besser. Aber, Aua. Alter. Komm her. Ähm. Ja, wir spielen bestimmt noch eine Runde Uno. Also, ich glaube, Hedko kann jetzt nicht mehr, aber mal schauen. Ich freue mich. Und, ähm, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir müssen jetzt noch schauen, wie wir das Ganze nennen, Leute. Domi, du darfst zwei. Ja, Domi, ich muss den Titel machen. Zwei Titel darfst du bestimmen, vom ersten und zweiten Paar. Ja, muss ich mir noch, äh, ausdenken. Okay. Naja, okay. Dann haben wir halt keinen Beweis, dass ich sie genommen hab. Nachher nehme ich einfach ganz andere. Nein, mal gucken. Nein, Domi darf das natürlich, äh, dann entscheiden. Da bin ich. Ja, schreib mal einfach, schreib mal einfach. Pummelparty. Woo Party Party. John Anderson gewinnt. Ne, ne, das ist voll. Das ist ja mega dumm. Ich denk mir doch was aus. Du überlegst doch mal, ganz Sekunden. Ja, und denk dir bitte, was du witzig gesagt hast. Nicht sowas. Wer macht die Abmohnen? Ja, also das war's ihr mit diesem tollen Spiel. Abonnieren, Daumen hoch, möglichst viel den Link verbreiten, damit die Werbe aneinander steigen. Die Glocke, die Glocke. Ja, Glocke, Activaten. Macht's nicht gut, macht's besser. Tüdelü. Nicht schlecht. Und auf Instagram, äh, wie sag man denn, abonnieren. Ja, genau. Schaut, schaut einmal bei allen vorbei. Und, äh, ne, eigentlich nur bei mir. Ich glaube nächstes Mal. Okay, eigentlich nur bei Ihnen. Und ich bin der oberste Link. Dich. Ja, okay, alles klar. Und ciao. Ach so, was sollen sie in die Kommentare schreiben, wenn sie bisher geschaut haben? Ach ja. Boah, ich wollte jetzt schon wieder anfangen mit Sprüchen. Ja. Zum Glück hast du noch was gesagt. Sie sollen äh, Aubergine. Aubergine. Haha. Sehr gut. Haha. H beetje Par rip! glorinello! So... Biledite.